Jetzt sind wir hier zu Gast bei CMS Music. Ich habe ja mal den Jürgen geschnappt und CMS ist wirklich ein ganz wichtiger Vertrieb für uns, weil er bringt uns die ganzen Boutique-Effekte, auf die wir total abfahren, nach Deutschland. Ich muss sagen, du hast immer schon Fulltone und Sievex gemacht und warst dafür immer schon sehr, sehr bekannt. Und ich finde es supergeil, dass du auch so flexibel bist und auch mal neue Sachen, die wir vorschlagen, nach Deutschland bringst. Zum Beispiel Geschehen mit Himmelstrutz. Genau. Das ist so eine Geschichte, die habe ich entdeckt und muss ich echt mal sagen, die habe ich echt entdeckt und habe gesagt, ey Jürgen, ich habe ihm so eine krasse Amok-E-Mail geschrieben, das musst du unbedingt bestellen. Und wie lange hat es gedauert? Eben sechs, acht Wochen, da hatten wir die Dinger fast da. Genau, ja. Und jetzt habe ich einen Bericht gesehen bei Gitarre und Bass, seht ihr die Dinger und ich denke so, guck mal da, die Dinger sind da. Das ist halt der Vorteil von so kleinen Vertrieben, das sind kurze Wege und das funktioniert geil. Und ich muss sagen, der Jürgen kommt fast jeden Freitag zu uns mit neuen Kartons und Kisten und zeigt uns neue Effekte. Und ich denke mir so, Gott, was hat er jetzt wieder ausgegraben? Und ich war gerade hier und er hat schon wieder die Kartons aufgemacht und zeigt uns, was total abgefahren ist. Was hast du uns mitgebracht? Heute habe ich mitgebracht von Ranger Effects aus London den Mr. Freakenstein. Die Briten sind eh verrückt. Die Briten sind aber super klasse, ja. Die Verpackung wunderbar in orange gehalten. Wir halten es mal so hin. Das ist schon schön, aber der Inhalt ist noch viel schöner. Wir haben nämlich hier... Ich krieg Angst. ... den echten Mr. Freakenstein. Das war so zu. Der im klassischen Design natürlich hier an wunderbaren Schalter hat, um das Gerät erstmal überhaupt einzuschalten. Es ist kein Bombenzünder. Wir sind schon drei Schritte zurückgegangen vorhin. Es ist eigentlich nur, der Engländer sagt, es ist klassisch, wenn man Teatime hat und man hat das Effektgerät eingeschaltet, hat kein 9 Volt Netzteil mit dabei. War es immer lästig, die Kabel rauszuziehen. So hat er sich überlegt, was kann man denn machen? Aha, ich mache einfach mal einen Schalter und kann jetzt in Ruhe meinen 4 Uhr Nachmittagstee trinken gehen. Für alle Angsthasen, da liegen nur 9 Volt drauf. Da liegt nur 9 Volt drauf, also da kann nichts passieren. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Fassgerät, das das Fass modulieren kann mit einem Oszillator und mit der Geschwindigkeit. Man muss dazu sagen, Herr Jürgen ist ein riesen Fassface-Fan. Also ich glaube, ich kenne keinen, der mehr Bescheid was über Fassface und auch mehr in seiner Sammlung stehen hat. Du sammelst alles, was fassig ist. Was fassig ist, sammle ich alles, wenn es mir denn möglich ist. Hier auch Mr. Freakinstein habe ich entdeckt bzw. der David von Ranger FX hat mich angemailt und hat gesagt, hier, guck dir das mal an. Ich habe mir die Sachen dann angeschaut und habe gesagt, ja, das gefällt mir. Das muss ich unbedingt haben. Musst du uns unbedingt an deinem nächsten Freitag, du besuchst uns immer freitags. Musst du uns unbedingt mitbringen und mir unbedingt zeigen, was du umspielen. Mr. Frankenstein kommt natürlich nicht allein, da haben wir jetzt den Helfer vergessen, der liegt hier drüben. Er kommt natürlich mit einem Expression-Pedal namens Igor, passend natürlich zu dem Pedal. Hiermit kann man dann den Oszillator bzw. die Geschwindigkeit ein- oder ausschalten von dem Fass, je nachdem. Genau, den legt man auf dem Boden, ne? Den legt man auf dem Boden und dann mit der Fußkante hinten kann man den wunderbar dann steuern. Theoretisch kann man auch natürlich hier, jetzt wenn man den Igor, ist im Prinzip so eine Art Expression-Pedal, ein ganz einfaches. Kann man natürlich auch ein richtig luxuriöses Expression-Pedal anschließen, um das Ganze noch besser, feiner regeln zu können. Das geht dann auch. Ja. Das ist ja Wahnsinn, okay. Du machst natürlich neben den ganz neuen Sachen auch die ganz alten, sagen wir mal die Klassiker, Fulltone, Sievex, hast du immer noch im Programm. VoodooLab ist ein riesen Thema bei dir. Genau. Da wird es auch Neuigkeiten geben, was für dich ganz interessant ist, weil du jemand danach gefragt hast. Es wird ein, ähm, oder es gibt mittlerweile ein, ähm, AV-Kabel, ein Split-Kabel, wo du aus einem Ausgang zwei Effektgeräte bedienen kannst. Endlich, weil mein Board hat mehr als acht Effekte, könnt ihr euch vorstellen, ja, und da komme ich natürlich mit einem Paddle Power nicht ganz klar. Das heißt, man kann dann theoretisch 16 Effekte mit, äh, acht Kabeln sozusagen dann bedienen. Okay, hast du das schon lieferbar? Habe ich schon lieferbar, ja. Das heißt, ich kann mir das beim Jürgen abholen. Genau. Geil, supergeil. Okay, Matt Professor sehe ich, haben wir auch im Programm. Ja, auch neue Sachen, ja, den Old School Eleven, jetzt ganz neu rausgekommen. Klassischer, äh, elf Watt, ein Zehner Röhren, Vollröhren-Kombo, handverdrahtet. Lässt sich fast im Schlafzimmer spielen, aber nicht ganz elf Watt, sind saulaut, ne? Ja, also, kann man wunderbar runterregeln. Natürlich, wenn man aufdreht, dann fängt der an, richtig zu zerren und dann wird's auch richtig laut. Das ist natürlich ein geiler Amp hier, den hat sich bei uns mal Gary Moore ausgelehnt für einen Gig, ja. Ein supergeiler Marshall-Klon, klingt im Grunde wie so ein JMP-100 oder JMP-50, ne? Mit mehr Gain? Ja, mit mehr Gain, sowas in der Richtung ist das. Also, der Marshall hat Pate gestanden, aber auch der Clean-Kanal ist, ähm, der vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Fender geht. Trotzdem, trotzdem... Sind im Grunde alle handwired, ne? Äh, nein, nur der Elevener und der 21er, die sind handwired, der MP101 ist ein Platinen-Amp. Aber supergeile Sachen, also... Aber es kann auch sein, dass die jetzt künftig die neuen Designs, dass die eventuell auch in ein, zwei Jahren oder was dann auch handwired werden, dass sie da wieder zurückgehen auf den... Bei denen haben sie es schon gemacht, weil die ja neu sind, neues Design, da kann's dann auch sein. Aber das ist noch... Die stehen noch in den Sternen. Okay, warst du schon bei Zeevex drüben? Hast du die ganzen Handpainted-Sachen angeschaut? Ja, hab ich auch hier irgendwo liegen. Müssen wir gleich mal schauen, wo ich sie hingelegt habe. Da krieg ich ja weiche Knie! Ey, Alter, Alter! Ooooooh! Ooooooh! Ich meine, jeder weiß es, jeder weiß es, ja. Eine Box of Rock und das Ganze. Eine doppelte Ausführung und passbar. Was ist besser als ein Box of Rock? Eine doppelte Box of Rock. Zwei Box of Rock, ganz genau. Ja, ist ja ganz klar. Voll fett. Das heißt also, zwei Schaltkreise, sechs Pottis, ja, plus auch die Bassregelfunktion vom Distortron, ne? Genau, richtig. Genau, ja. Also man kann das Ding konfigurieren, entweder als Super-Hard-On mit einer Box of Rock, oder Box of Rock mit Super-Hard-On, oder zweimal Super-Hard-On, ja, oder zweimal Box of Rock, beziehungsweise mit dem Dreifachschalter Distortron dann, ne? Super-Hard-On plus Super-Hard-On sind wir ja beim Super-Duper, ne? Sind wir dann beim Super-Duper, genau, ja. Im Prinzip haben wir eins, zwei, drei, vier Effekte in einem. So kann man... Vier verschiedene Effekte in einem. Genau, so kann man... Genau. Das war Box of Rock, Distortron, Hard-On und Super-Duper. Genau. So kann man... So kann man sagen. Ja. Super geil. Ja, ich würde sagen, wir haben es eins durch. Ja, das war der Jürgen von CMS für Session Music TV.